So, hallo miteinander! Wir sind jetzt am MESAV 2013. Wir haben gerade Biernachschuppen bekommen und wir haben kein zu trinken zum Verkaufen. Jetzt gehen wir schnell hin und schauen, was am Abend um 9 Uhr, respektive am Viertel um 9 Uhr läuft. Jetzt gehen wir schnell miteinander schauen. So, das ist Pirates, das ist die Küche. Jetzt gehen wir einfach schnell hin und schauen, was da rein genau läuft. Es ist Viertel um 9 Uhr am Abend. Jetzt gehen wir schon auf die Bühne schauen. Wir sind ja bereit, oder? Die Band ist ein bisschen scheisse! Die Band ist ein bisschen scheisse! Die Band ist ein bisschen scheisse, gell? Also, wir machen dann auch noch mal einen Film, wenn es besser ist. Aber jetzt sieht man schon, und wir haben dann auch noch mal einen Film. Söne, Söne! Alle! 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 Ich war die Leiden! Alle! Alle!